Wir wollen höhere Löhne! Alle Macht im Volk! Alle Macht im Volk! Jubiläum, das Zweite. Auch im Falkensteiner Ortsteiltrieb wurde am vergangenen Wochenende kräftig gefeiert. Für die 600 Jahre Ersterwähnung ihres Ortes hatten sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen. Ortsvorsteher Sigmar Lippold brachte mit 13 anderen Laien-Schauspielern ein selbstgeschriebenes Stück auf die Bühne im Festzelt. Der dargestellte Streit um das Fischereirecht zwischen Plauen und den Bauern von Trieb entspricht historischen Tatsachen aus der Zeit des 30-jährigen Kriegs und wurde mit viel Humor präsentiert. Das 600-jährige Jubiläum lockte mit einer Ausstellung zur Ortsgeschichte, Schauhandwerk, historischem Markt und Oldtimerschau weit über 1000 Gäste an und war laut Veranstaltern ein Riesenerfolg.